Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Kat und Widder und Terror. To take it light. Oh, ist sie nicht süß? Sie ist schwarz und weiß. Eine schwarze Katze guckt einen schwarzen Mann an. Muss ich mal kurz gucken? Oh, sieht das nicht geil aus? Ich hab einen Panther. Das ist ein Panther. Das ist mein Panther in Ruhe. Nicht so eine siammerische Katze. Das ist mein Panther. Macht jetzt auch ein Klick mit. Hier. Nein, die setzen sich auf Kisten. Nein. Du kannst doch die Kiste immer noch öffnen. Komm her. Da hast du erwartet nur eine geile Katze. Komm. Oh. Du hast eine kleine schwarze Katze. Du hast eine kleine schwarze Katze. Jetzt musst du nur noch die kleine. Sehr schön. Oh, bitte. Bei uns läuft Familie. Du kannst deine Katze wieder mitnehmen, Terror. Wir haben... Nee. Ja, stimmt. Willst du Inzucht betreiben oder was? Ja, klar. Die Vater mit der Tochter oder was? Äh, können wir kurz schlafen? Ja, klar. Ich befülle bloß noch den Recycler und dann geht's los. Ein Bett Abstand zwischen uns. Ja. Kommst du da mit, Yoshi? In diese Höhle? Welche Höhle? Äh, zum Dorf. Nee, ich wollte dann hier die Schienen bauen. Ja, ja, da musst du ja trotzdem mit. Ja, ich muss ja immer wissen, was für Schienen. Äh, guckst du nur, ähm... Also Schienen kannst du auch noch ganz normale Schienen bauen, ne? Ja, 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 das ist mir bewusst. Dann kommt man da immer 16 Stück raus. Ja, dann kommt immer 16 Stück raus. Was ist denn jetzt schon? Achso, wir können ja den Weg sowieso verbreitern. Fange ich schon mal an damit. Ja. Ja, okay, ja. Willst du da unten schon anfangen oder... willst du hier vorne gleich loslegen? Wir tun gleich los. Nee, die Frage ist, ähm... Ach, egal. Boah, warum hast du die... Ah, Werkbank gesetzt? Hab ich? Mit resektbarem Material. Achso, wenn du das zu viert machst... Äh, wenn du da neun Stück reinmachst, dann bekommst du ein, ähm... Arschtritt. Nee, dann bekommst du was raus. Ich bin grad im Begegen... Arschtritt. Dann bekommst du was raus, ganz einfach. Punkt. Bring mal eine Schaufel mit. Das heißt, bringen Sie mir bitte eine Schaufel. Sind wir hier von Freundlichkeit umgeben, oder was? Ah, ey, auch klar, ey. Wir sind auf dem Bau. Hier ist kein Platz für Freundlichkeit. Ja, Miete, tschüss, Miete. Ja, und da drin ruhig weiter. Ich hab jetzt aber nur normale Schienen, gell? Ja, ja. Äh, ja. Wir können ja einen Ofen irgendwann bauen. Und, ähm, mit einer Trasine befüllen. Alles läuft, die Ätherrohr, Glückwunsch. Jetzt musst du nur noch einen Meserator bauen. Hat er. Hat er jetzt, hat er. Esser, lass laufen. Kämp's aus. Tunnelbohr. Ja, Tunnelbohrmaschine, Weaver. Ja, nix gut. Gleisbau wartet. Ja, kannst du... Ja, ähm... Ja, ich komm nicht vorher, wenn du einen... Klick machen musst, muss ich erst mal durch die vier Steine bauen, ne. Äh, ich würd noch nicht so weit, ne? Weil hier vorne kommt dann Wasser und dann sind die ganzen Schienen wieder weg, ne? Dann dauert's aber noch ein bisschen. Warte, du nimmst diese Seite, ich nimm diese Seite. Ja, du hast ja auch Quarz-Spitzhacke hier. Das ist keine Quarz, das ist Eisen. Achso, du hast auch Eisen. Du hast trotzdem Vorsprung. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich werde dir bis dahin suchen. Können wir einfach ne... äh... äh... Ding, eine Mining-Tuttle machen. Ja, könnten wir. Der dann sagen, hier, bau mal bitte... Oh! Achtung, jetzt wird's nass übrigens gleich, ne? Ach ja. Ne, dauert nicht. Wird nicht nass. Scheiße, jetzt hab ich Platz... äh... Jetzt hab ich so viel Zeit verloren, dadurch nur soll ich's gucken. Sobald diese Pflastersteine anfangen, also richtige Pflastersteine, nicht Steine, sondern richtige Pflastersteine, dann aufpassen, nass. Ha, ich komm mich vorarbeiten. Und du besiehst Nikolit. Äh... Quarz. Achso, ich hab die ganzen Rohstoffe... Oh, Kies. Wechseln. Ah, du hast ne Schaufel. Ja, äh... Ja, meine Schaufel ist gerade kaputt gegangen. Ich hoffe, du hast ne Zwei... Nee, ich hab das gehört. Ich hab's gehört. Klingt. Oh. Ein Geräusch, das man ungern hört. Ach, ich will seh das jetzt hier einfach, damit ich neben dir bin. Rasch im Gleis sein. Ich glaub, du solltest mir ja eigentlich ne Schaufel mitbringen, ne? Echt? Hm. Ich hab's schien. Was nicht? Oh. Oh, wir da. Hehehehe. Das war Absicht. Von vor zwei Stunden. Also vor drei Wochen. Hm. Aha. Oh, Mann, ey. Jetzt hat er noch Erde, oder was? Guck hier ab und zu mal rüber. Wie viele Rohstoffe wir hier übersehen, ne? Da kommt Wasser. Ja, ja, da musst du ein bisschen aufpassen. Du hast ja noch Erde. Oh, scheiße. Ach, nee, doch nicht. Okay. Na, doch. Was? Äh, schon wieder so ein Einbruch. Das liegt schon wieder an meinem Internet. Alles gut. Alles nein, alles schlecht. Ne, alles gut. Ich versteh das nicht. Das ist einmal so flüssig wie Sau und dann auf einmal bumm. Ach, nö, ich hab keinen Bock mehr. Schon wieder so. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, Mann, ich seh nix. Lauf zu mir. Ja, das ist, dort ist es der Meeresgrund. Das werde ich gleich mal lösen. Diesmal ist es übrigens keine Leck. Nein, diesmal ist es Wasser. Ja, ich geh mal zurück und leg mal Gleise. Ja, ja, genau. Ja, bei mir sieht man geil nach unten gucken. Oh Gott, das wird denn das langt ja norgens, na, die Gleise. Da ist ein Loch. Hast du das im Begriff bekommen? Nein. Ich bin noch nicht fertig. So weit brauchst du gar nicht bauen, du. Weil jetzt geht's wieder los hier. Ach, Mann. Ich hab doch gesagt, so weit brauchst du gar nicht bauen. Das hatte ich dir schon am Anfang gesagt. Mann. Außerdem ist überall Sand. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Das ist hier die tiefste Stelle. Danach wird's nie wieder so tief. So tief. So tief. So tief. Beim nächsten Mal, falls wir das nächste Mal einen Tunnel bauen, dann kannst du gerne... Ja, ich bin aber gerade im Tunnel bau. Oh, 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 oh. Ja, ich weiß. Was denn? Ich schaue mir dann die terroristische Höhle mal an. Die terroristische, terrorisierende Höhle. Diesmal, das Eisen kann ich hier nicht einfach liegen lassen. Das ist halt so. Da verzichte ich auch gerne auf den Vorsprung. Ich höre hier auf dem Rückweg. Müssen wir da mal gucken. Ups. Dass wir die ganzen... Oh, eine Höhle. Dass wir die ganzen Rohstoffe mitnehmen. Ja. Und hier ist schon wieder eine Höhle. Hier stirbt gerade ein Enderman. Echt? Nicht nur ein Enderman. Oh, was ist denn das? Diese Einbrüche immer. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ey. Null. Super. Mir zerfickt das gerade. Ey. Oh, hier, Yoshi. Ich werde angegriffen, ich werde angegriffen. Dann, Löffte. Kann dir nicht helfen. Ja, Yoshi, komm jetzt bitte schnell. Ich sehe das nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aber Hauptsache, wenn man so scheiß Legs hat, in der Höhle zu gehen, oder? Nein. Ich bin ja aus der Höhle raus. Schon draußen gewesen. Ja, aber meine ich ja nur. Ja. Okay, Leute. Das war's wieder. Bis zum nächsten Mal.